. 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 Du schätztes Loch. Ja, ja. Ein Zünftiges. Wow. Hey, also, das ist jetzt aber ein Loch, du. Dass sich das hier angetraut bei 650 Leuten. Ja, ist das ein Loch. Super. Aber da müsste jetzt etwas kommen. Ja, ja, da kommt schon etwas. Ja, es kann nicht ewig so bleiben. Hm. Nein, ihr sind nicht, oder? Aber jetzt müsste etwas kommen. Ja, ja. Mach keinen Stress. Da kommt sicher etwas. Nein, ich mach keinen Stress. Ganz viele grossen Künstler schöpfen ihre neuen Sachen aus dem Nicht. Da muss man Geduld haben. Gut, okay, es schaut ihnen dann nicht gleichzeitig noch 650 Zuschauer zu. Wir haben ja noch gesagt, wir gehen. Ja, ja. Aber da kommt dann etwas Neues. Ja. Ja. Hey, und wir sind die Ersten, die es sehen. Wie lange dauert eigentlich so ein Loch? Ich weiss es nicht. Ich glaube, es ist von Loch zu Loch verschieden. Man weiss auch nicht, woher das Neue kommt. Nein, nein. Das ist es eben. Das könnte jetzt von. Nein. 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 Nein, ich habe schon geschaut, es ist nichts. Ah. Oftmals kommt das Neue von oben. Ja! Das ist aber eine spezielle Idee, das. Du, so etwas Neues habe ich jetzt auch nicht erwartet. Ja. Also ich glaube weltweit sind wir mit dieser Idee die Ersten. Du, und wie lange macht man so eine neue Idee denn? Ich weiss nicht, es ist unsere Idee, die können wir aufhören, was wir wollen. Okay, jetzt. Dink-Dink Und wieder aufhören, was wir sehen uns wie im Bundestag. Dink-Dink